So, meine Damen und Herren, da geht es weiter. Wir betreten jetzt den Bereich für das Labor. Ab jetzt ist nämlich das Haus passiert. Also wir können aber, wie gesagt, jederzeit immer wieder zurückkommen. Ich gehe da nach oben. Okay. Das müssen wir einfach kurz hier rein. So, das ist eigentlich ein Raum, wo du nur einfach kurz rein musst und wieder rausgehen musst, um dann halt zu checkern. Das nächste Cutscene. Das ist so oft, die ich am Leben geschossen habe. Nein. den schummel wieder an Follow me. Ja. So, yes, Alex, yes, yeah, we have to split the mission of the war. Oh, hier muss ich mit hier hoch. Wie gesagt, ab hier, also einmal brauche ich das Ding noch, danach den nicht mehr. Ja, also einen Bereich haben wir gleich noch. Wo wir den Greifhaken noch benutzen müssen. Okay. 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 So, jetzt wechseln wir aber kurz auf ihn, dass wir ihn da wegbleiben können. Ja, okay, hat mich aber nicht getroffen. So, hier mit ihm komme ich hier eh noch nicht durch, weil ich wollte ich einfach nur unten weg haben. Die Tür ist abgeschlossen. Da komme ich rein, da ist aber jetzt glaube ich erst mal nichts wichtiges drinnen. So genau, dich brauche ich einmal. Und im nächsten Raum brauche ich die andere Chemikale, um dann halt das Ding zu machen, das Symbil zu geben. Okay. 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 So, hier. 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 Ich habe auch noch für die PS3 noch Verlösen Evel 3 Nemesis, also die Evel 3 Ursprungsversionen. Die habe ich vergessen, um Video zu nennen. Ich habe gesagt, dass ich das Event, wenn ich es aufzeichne und eventuell aufzeichne, ich das dementsprechend nachreiche. Aber dass ich kombiniert habe, stellt doch eher darauf ein, dass es nicht kommen wird. So, und was sind Evel 3 Nemesis? Jetzt habe ich A nicht dran gedacht und B kann man nicht so um Umkehrschluss sagen. Ich habe es bewusst nicht gesagt. Ich werde Resident Evil 3 Nemesis spielen, weil ich Resident Evil 3 das Remake gemacht habe. Na klar ist Resident Evil 3 das Remake mit Resident Evil 3 Nemesis der Ursprungsperson nicht vergleichbar. Andere Inhalte, andere Ära. Und zum Beispiel Resident Evil 2 das Original habe ich zum Beispiel auch nicht. Ich habe Resident Evil 3, aber Resident Evil 2 nicht. Das Ursprung. Ja, auf der PS3 kann ich auch Resident Evil 3 Download Variante machen. Da wird es wahrscheinlich auch Resident Evil 2 geben. Aber fällt mir jetzt nicht ein, das nur mitzumachen und so weiter. Das ist eigentlich das hier der kürzeste Bereich, ne? Weil wir sind hier gleich praktisch durch mit dem Labor. Danach ist nur noch die Gehaft. So, da ich jetzt natürlich den... Die Tür guckt nicht, kann man. Und ich eigentlich schon wieder aufs Klo muss. Ich hätte ihn sogar fast richtig gehabt. Ich hätte da nur ne Zahlenträger gehabt. Gleich. Guck mal was ich zu angeben. Äh. 4 4 8 6 3 Und ich hätte nämlich gemacht 4,8,3,6 vom Kopf. 4 5 4 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 12 12 13 14 14 14 15 15 30 14 14 25 25 15 15 15 16 14 15 15 15 23 15 15 15 15 17 Das geht jetzt hier rein. So, wenn ich gerade eh hier stehe, wer hat jetzt die andere, ne? Mit ihr muss ich nämlich jetzt hier hoch. Dann kann ich nämlich mit ihm hier hoch gehen. Dann gehen wir! Jetzt lasse ich ihn kurz herkommen. Ich hasse es, ne? Ich muss praktisch speichern, weil die Trophäe habe ich ja schon geholt. Wenn ich damit krepiere, dass ich immer auf den letzten Speichestand zurückgreifen kann. Dann gehen wir mal. Das war's für heute. Also müssen wir nämlich das Ding hier wieder einsetzen. Ich stehe wahrscheinlich nicht wieder richtig davor. Oh, ich stehe auch davor. Ich glaube, hier war auch jetzt die letzte Berechnung und ich glaube, die Dings brauche ich ab jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, ich brauche die jetzt nämlich nicht mehr. Aber ich nehme sie trotzdem noch mit runter. Ich bereue es jetzt, wenn er, dass so ein Shit-Unleicht-Buff macht. So, und hier kriege ich jetzt die Waffe, die andere Magnum für Billy. So, dann starten wir die Seilbahn und dann haben wir das Kapitel auch durch. Und an dieser Stelle sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und dann starten wir die Lücken. Und dann starten wir die Lücken. Vielen Dank.